So Alex, die Kolben kennst du ja von Saxo Moped, die Tuning Line oder auch Classic Line oder Racing Line, gibt es ja alle. Und dass die gut sind, haben wir ja schon festgestellt. Wir haben sie ja jetzt auch mittlerweile schon, weiß ich nicht, zuhauf verbaut. Nur halt ohne diesen Spannring hier, diesen kleinen dazu, habe ich hier einen. Ja genau, hier diese Spannringe, die bauen wir eigentlich nie ein, weil die Kolbenringe sind eigentlich so schon relativ straff. Das heißt, kann ich auch gleich wegschmeißen. Und ja, es gibt Neuigkeiten, denn diese Tuning Line Kolben sind neu. Und was da der Unterschied ist zu den alten, die ja auch schon super waren, das zeigen wir euch jetzt. Ja, hallo liebe Simpsons-Freunde. Moin. So Alex, hier haben wir nochmal so einen alten Kolben von Saxo Moped. Die kommen ja aus Ungarn, hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erzählt. Und die Qualität ist wirklich, ja mittlerweile bewährt und gut und halten auch wirklich sehr, sehr lange die Kolben. Und ja, es gibt jetzt Neuigkeiten. Wir packen mal den neuen aus. Eigentlich sehen die optisch erstmal gleich aus. Nur, es gibt ein paar Unterschiede, Alex. Und zwar hat man hier bei der neuen Charge, du wolltest schon wieder einen ausgeben, ne? Ich habe die Kiste wieder schon mitgebracht heute. Ja, das stimmt. Wir haben das ja durch mit dem Handy, ne? Also, die neue Charge unterscheidet sich so ein bisschen von der alten Charge. Und zwar war bei der alten Charge die Anlauffläche von dem Kolbenpläuel hier oben nicht geschliffen. Und das hat man jetzt bei der neuen Charge übernommen. Das heißt, sie sind jetzt wie Original DDR auch wirklich geschliffen. Kann man das sehen? Ja. Ja. Also, das hat eigentlich auch keine Probleme gemacht. Das war eigentlich in Ordnung, weil die schon vom Guss her relativ plan sind. Aber finde ich natürlich gut, dass jetzt die Anlaufflächen nochmal richtig geschliffen worden sind. Und es gibt auch noch eine Neuigkeit. Man hat hier bei den alten Kolben, man sieht das hier, hier ist ja der Auslasspfeil. Da hatte man den Ringstoß hier vorne links und hier vorne rechts der untere. Und bei dem neuen Kolben, das heißt, hier hast du natürlich das Problem, wenn du jetzt den Auslass am Zylinder bearbeiten würdest, dann bist du natürlich irgendwo begrenzt von der Breite her, weil irgendwann der Kolbenring dann in den Auslass reinfedert. Und das hat man bei den neuen Kolben geändert. Und zwar hat man hier den Ringstoß, Moment, da ist der Auslasspfeil, Alex, hat man nach hinten gesetzt. Also nicht mehr vorne links und vorne rechts, sondern hinten. Alex, was mag das sein? 20 Grad vielleicht versetzt? Ungefähr, ne? Ja, also den Ringstoß. Hier sieht man diese kleinen Pitten. Einmal dort und einmal dort. Und das hat einen ganz großen Vorteil, dass man nämlich dadurch einen sehr breiten Auslass entsprechend realisieren kann im Zylinder. Und man kann sogar Nebenauslässe einbauen in den Zylinder. Das wäre auch kein Problem. Und ich habe nicht das Problem, dass die Kolbenringe mir dann da irgendwo reinfedern. Und ein Vierkanal ist dann auch kein Problem, weil die Ringstöße hier hinten ja wirklich sehr zentral angebracht sind. Und ein Vierkanal, dann wärst du irgendwo hier so in dem Bereich hier hinten. Also da kommt man überhaupt nicht hin. Finde ich richtig gut. Und ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass die Geometrie auch nochmal ganz leicht angepasst wurde. Und nochmal ein ganz bisschen optimiert wurde. Ansonsten, die waren auch schon wirklich megamäßig gut und hielten auch super lange, weil die halt sehr, sehr viel Siliziumanteil drin haben. Also ein sehr, sehr hartes Material. Und ja, die Neuen sind jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Und Alex werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich denke mal, warum nicht? Kann eigentlich nicht schaden, den Ringstoß nach hinten zu setzen. Und geschliffene Anlaufflächen ist ja vorteilhaft. Ja, also wenn ihr Lust habt auf Videos von uns, hier haben wir nochmal ein paar und haben wir es. Bis dann. Ciao.